Gruppenfotos auf Hochzeiten? Mach ich nicht. Habe ich schon mal gehört, wie das jemand gesagt hat. Komm mal runter. Du bist Dienstleister. Gib dir gefälligst Mühe. Mach Gruppenfotos. Ist das unter deinem Niveau? Was ist denn mit dir los? Du bist ja nicht Peter Lindbergh. Sieh zu, dass du da schöne Fotos für die Leute machst. Das sind Erinnerungen. Wir sind doch nicht diejenigen, die urteilen darüber, welche Art Fotos unseren Kunden wichtig sein sollte. Natürlich sind das nicht deine kreativsten Fotos, aber man kann sehr viel falsch machen. Man kann gute und schlechte Gruppenfotos machen. Darum geht es in diesem Video. Ja, auch wir waren mal so arrogant anzunehmen, dass Gruppenfotos unter unserem Niveau sind. Und ich schäme mich dafür. Ich finde das arrogant und überheblich und würde das heute nicht mehr so handhaben. Natürlich sind Gruppenfotos nicht die kreativste Herausforderung an dem Hochzeitstag, aber es kommt einfach auch darauf an, was man daraus macht. Wir sind es unseren Kunden und Kundinnen schuldig, ihnen das bestmögliche Produkt abzuliefern. Und wir müssen ihre Wünsche respektieren. Das gilt auch für die Gruppenfotos. Denn mitnichten sind diese Fotos unwichtig. Natürlich sind sie inszenierter und gestellter. Das heißt aber nicht, dass sie weniger wichtig sind. Speziell für die ältere Generation sind diese Fotos die wichtigsten. Das sind die Fotos, die sie sich ausdrucken und hinstellen. Das sind Fotos, die schauen wir uns nach vielen Jahren an und wir gehen mit dem Finger über das Foto und schauen und sagen, schau mal, wie diese Person da aussah oder schau dabei diese Person noch dabei oder schau dir das Outfit von dieser Person an. Das machen wir doch auch bei Fotos, die wir zum Beispiel machen, wenn wir Ausflüge machen oder wenn wir Freunde treffen, die wir lange nicht gesehen haben. Dann kommen wir alle zusammen. Wir machen ein Foto einfach mit dem Handy. Das ist auch in diesem Fall nicht das Kreativste. Aber es sind die Fotos, die wir uns doch gerne anschauen viele Jahre später. Ich freue mich jetzt schon auf das Foto, das von meiner Tochter im Kindergarten gemacht hat mit der ganzen Gruppe. Weil auch dieses Foto von meiner Kindergartenzeit schaue ich mir gern an und schaue, wie die Menschen und meine Freunde damals ausgesehen haben. Es ist ein Stück Zeitgeschichte. Man sieht, wie fotografiert wurde. Man sieht den Bildlook. Man sieht die Outfits, die wir alle anhaben. Man sieht den Hintergrund. Das sind wichtige Erinnerungen. Und wir stellen uns manchmal als Hochzeitsfotografinnen so darüber. Und das ist überhaupt nicht nötig, weil es natürlich eine unkomplizierte Aufgabe ist, die man mit wenig Kniffen viel interessanter darstellen kann. Das klassische gestellte Gruppenfoto ist unterbewertet, weil es heute um Authentizität geht. Die Fotografen und Fotografinnen, die schreiben, sie stehen für natürliche und dokumentarische Fotografie. Was spricht denn dagegen, beides anzubieten? Ich mache 90% des Tages meine dokumentarische Arbeit. Und trotzdem bin ich auch gut darin, diese Fotos zu stellen und natürlich erscheinen zu lassen. Vorbereitung ist dabei alles. Daher sprechen wir mit unseren Kunden und Kundinnen bereits vor der Hochzeit wichtige Punkte ab in Bezug auf die Gruppenfotos. Haben Sie vielleicht spezielle Vorstellungen davon, wie die Gruppenfotos aussehen sollen? Haben Sie Fotos gesehen, die Ihnen gefallen haben? Oder waren Sie selbst mal Gast auf eine Hochzeit? Und da gab es eine bestimmte Art Gruppenfoto, vielleicht etwas sehr Ungezwungenes, vielleicht etwas sehr Gestelltes, vielleicht irgendetwas Lustiges. Wenn wir das nicht vorher besprechen, dann besteht die Gefahr, dass du an den Vorstellungen der Kunden und Kunden vorbei arbeitest. Und natürlich gehe ich auch davon aus, die werden ungefähr das Gleiche haben wollen, wie das, was wir eben so machen. Wir stellen die Menschen hin, wir versuchen es natürlich, wir machen es auch in Bewegung, wir versuchen die Menschen zum Lachen zu bringen. Aber nur, weil ich davon ausgehe, dass es so ist, muss es nicht so sein. Wir gehen immer davon aus, dass unsere Vorstellung davon, was gut und schön und richtig ist, auch die der Kunden und Kundinnen gleicht. Und das muss mitnichten so sein. Daher ist es simpel und einfach, sich darauf abzustimmen im Vorgespräch und einfach mal nachzufragen, habt ihr spezielle Vorstellungen von euren Gruppenfotos? Wie sollen wir das machen? Ich schlage vor, so kann man natürlich das Ganze einfach steuern und die eigenen Vorstellungen einmal darlegen. Und meistens ist es dann auch genau das, was die Paare wollen. Aber es wäre nicht gut, in eine Situation zu kommen, dass ihr die Fotos ausliefert und dann Rückfragen bekommt, weil sich eure Kunden und Kundinnen da das anderes vorgestellt haben. Außerdem ist es klug, eine Liste schreiben zu lassen. Wir bitten unsere Kunden und Kundinnen, sich vor der Hochzeit darüber Gedanken zu machen, welche Konstellationen wir fotografieren sollen. Meistens ist es so, dass wir die engste Familie fotografieren zusammen mit dem Brautpaar. Also das Brautpaar ist auf jedem Foto drauf. Dann haben wir die Familien, die dazukommen und dann kommt die andere Familie dazu. Dann fotografieren wir beide Familien zusammen, noch die Trauzeugen zusammen, vielleicht noch die besten Freunde. Und dann ist das eigentlich in fünf bis zehn Minuten erledigt. Wichtig dafür ist aber, dass das Brautpaar sich vorher überlegt, welche Konstellationen wollen wir haben. Und die kommen auf einen Zettel. Und dieser Zettel, der kommt nicht zu uns, weil wir kennen ja die Gäste nicht. Wir können natürlich jetzt durch die Gäste irren und den Namen rufen von einer Person, die wir nicht zuordnen können. Es ist viel klüger, diese Liste jemandem zu geben, der oder die die meisten Gäste ohnehin kennt. Also es ist dann vielleicht ein Geschwisterteil, es ist vielleicht der Trauzeuge oder eine Trauzeugin. Und die wiederum gehen dann los und holen uns die Menschen ran, die wir fotografieren zusammen mit dem Brautpaar. Das ist der schnellste und unkomplizierteste Weg. Der kürzeste Part des Ganzen ist ja, dass wir den Auslöser drücken. Das machen wir natürlich so oft es geht. Aber im Grunde dauert das Zusammenholen der Menschen eigentlich am längsten. Und wenn damit jemand beauftragt ist und schickt uns einfach die Konstellationen und die Gäste, die auf den Fotos sein sollen, konstant rüber zu uns, dann geht das meistens relativ schnell. Und es sind fünf bis zehn Minuten, je nachdem wie lang die Liste ist, erledigt. Nachdem deine Kunden und Kundinnen eine Liste geschrieben haben mit möglichen Konstellationen, sollten sie dir die zuschicken vor der Hochzeit, damit du, und das ist ein wichtiger Punkt, die Dauer einschätzen kannst. Die schreiben vielleicht 15, 20 Konstellationen auf und können überhaupt nicht einschätzen, wie lange das jetzt dauert. Sie planen dafür also 10, 15 Minuten ein, ohne zu wissen, dass 15 bis 20 Konstellationen wahrscheinlich 20 bis 30 Minuten in Anspruch nehmen werden, je nachdem wie viele Leute da auf den Fotos sein sollen und wie gut die darin sind, sich zu positionieren. Das heißt, du musst also die Dauer einschätzen für das Paar vor der Hochzeit, um denen zu sagen, es ist eine relativ lange Liste. Ich empfehle euch dafür, 30 bis 45 Minuten zu planen. Dann sagt das Paar vielleicht von sich aus, oh, das haben wir eigentlich gar nicht. Wir wollen ja auch noch Porträts von uns machen. Dann müssen wir nochmal drüber gehen über die Liste und ein paar Dinge wegstreichen. Das heißt, die Dauer einzuschätzen vor der Hochzeit, damit das Paar auch gut planen kann und eine realistische Vorstellung davon hat, wie lange die da stehen werden. Denn die stehen ja da auch. Das ist ja Zeit, in denen werden sie tendenziell nicht sich mit anderen Gästen unterhalten. Sie werden sich tendenziell nicht mal irgendwo hinsetzen können oder einen Sekt trinken können, was auch immer. Und daher müssen wir sie darüber informieren, wie viel Zeit die von ihnen geschriebene Liste in Anspruch nehmen wird. Der Ort, wo die Gruppenfotos stattfinden, ist natürlich entscheidend. Als allererstes schauen wir, dass das nicht in der Nähe der anderen Gäste passiert. Denn wenn die sehen, dass wir jetzt Gruppenfotos machen, dann ist das für die meisten Gäste eine Art Einladung. Und sie stellen sich dann einfach dazu und möchten auch ein Gruppenfoto mit dem Paar haben, was wir natürlich niemals verneinen würden. Wenn das passiert, dann fotografieren wir das natürlich, wenn man uns darum bittet. Aber man kann das natürlich abkürzen, den Prozess. Denn die meisten unserer Kunden und Kundinnen, die sagen, ja, ich möchte Gruppenfotos, aber bitte nicht so lang. Lass uns das irgendwie schnell hinkriegen. Und dann ist die richtige Herangehensweise, den Ort zu verlegen. Das heißt einfach so ein bisschen ums Eck, auf der anderen Seite des Hauses. Und nachdem wir festgelegt haben, okay, wir machen das an einem anderen Ort, die Gäste müssen da einmal rüberkommen, die auf den Fotos sein sollen. Alle anderen bleiben da, trinken Sekt, unterhalten sich. Und erst dann schauen wir nach dem idealen Ort, wenn es um Licht geht, wenn es um Hintergründe geht. Aber die Gruppenfotos zu separieren vom Geschehen ist ein kluger Schritt. Wenn du möchtest, dass das nicht ausartet. Außerdem habe ich für dich fünf Tipps, wie deine Gruppenfotos besser werden. Der erste Tipp lautet, prüfe die Gruppe, ohne durch die Kamera zu schauen. Der Anfängerfehler ist, die Gruppe stellt sich, du schaust durch die Kamera, du checkst die Einstellungen und drückst sofort ab. Sobald sich eine Gruppe vor dir positioniert und du Fotos von ihnen machen sollst, nimmst du die Kamera runter, atmest tief durch und du scannst die Gruppe. Sitzen die Outfits? Sind die Sakkos alle zu? Sollen die Sakkos vielleicht alle auf? Hat da noch jemand ein Glas in der Hand, was eigentlich eher beiseite gestellt werden sollte? Hat jemand eine Sonnenbrille auf? Hängt vielleicht eine Sonnenbrille noch in den Haaren? Ist irgendetwas verrutscht? Also nimm dir die Zeit, atme tief durch, scann die Gruppe und dann nimmst du die Kamera hoch und schaust, dass die Komposition passt, dass der Bildausschnitt passt, dass einfach fotografisch, technisch alles funktioniert. Aber sich die Zeit zu nehmen und einmal das Bild zu scannen ist sehr wichtig. Es ist empfehlenswert, die Blende zu schließen, sodass du einen größeren Schärfebereich hast, speziell wenn du größere Gruppen fotografierst. Natürlich hängt es davon ab, mit welcher Linse du fotografierst und wie weit du entfernt bist. Aber ich rate dir dazu, einfach kein Risiko einzugehen und die Blende zu schließen, sodass du, wenn die Personen in mehreren Reihen stehen und speziell dann, du sicher gehen kannst, dass alle scharf sind. Selbst wenn du im Laufe des Tages eher offenblendig fotografierst und Blendenzahlen von um die 1.8 oder 2.0 verwendest, so wie wir das tun, ist es speziell bei den Gruppenfotos ratsam, die Blende zu schließen. Manchmal ist es auch so, dass sich Kunden und Kundinnen die Gruppenfotos an einem speziellen Ort wünschen, weil ihnen der Hintergrund wichtig ist. Das ist ein bestimmtes Haus oder ein Baum oder was auch immer. Und wenn du dann sehr mit einer offenen Blende fotografierst, kann natürlich sein, dass das hinter denen alles wegfliegt und du im Nachhinein das Feedback bekommst. Ist aber schade, wir wollten schon, dass man das erkennt da hinten. Wir sind jetzt natürlich schön freigestellt, aber das hatten wir uns anders vorgestellt. Auch das kann man absprechen. Gibt es da spezielle Wünsche, wo die Gruppenfotos stattfinden sollen? Um auf Nummer sicher zu gehen, rate ich dir, die Blende zu schließen und mit höheren Blendenzahlen zu arbeiten. Ich rate dir dazu, der Gruppe auch zu erklären, was du tust. Manche sind vielleicht sogar aufgeregt, die werden nicht so häufig fotografiert. Manche werden vielleicht das allererste Mal fotografiert. Das heißt, wenn du wie beim Zahnarzt ihnen sagst, ich würde jetzt ein paar mehr Fotos machen, ihr seht super aus, bleibt genauso stehen, schaut in die Kamera. Sag ihnen einfach, was passiert gerade, dann fühlen sie sich gut aufgehoben bei dir und sicher vor der Kamera. Und das ist wichtig. Mach viele Fotos, lieber zu viele als zu wenige. Es kostet dich nichts und speziell bei großen Gruppen ist es so, dass immer irgendjemand die Augen gerade zu hat, weil er oder sie geblinzelt hat. Lieber mehr abdrücken. Die Nacharbeit ist nicht sehr groß. Wenn du wie wir Tools benutzt, wie Narrative Select, dann spuck dir Narrative Select ohnehin nur die Fotos aus, in denen alle die Augen aufhaben. Es ist also überhaupt kein Problem, die Reihenaufnahme zu aktivieren, viel zu fotografieren, um am Ende viel Auswahl zu haben. Und Narrative Select liefert dir dann die Ergebnisse aus, wo alle die Augen aufhaben. Du kannst aussuchen, welches dir am besten gefällt und dann ist die Arbeit getan. Wir fotografieren auch immer, bevor die Gruppe bereit ist und nachdem ich gesagt habe, alles klar, ich habe die Fotos im Kasten. Wir fotografieren also, während sich die Gruppe positioniert, dann machen wir die offiziellen Gruppenfotos und danach sage ich, alles klar, vielen Dank, habe ich im Kasten. Und dann löst sich so ein bisschen Anspannung bei der Gruppe. Sie schauen sich untereinander an, sie lachen und diese Momente fotografiere ich auch. Und oftmals sind das die Momente, die wir besonders schön finden, weil sie natürlich sind, weil sie entspannt sind, weil die Gruppe miteinander interagiert. Und das sind auch oft die Fotos, die wir dann mit ausliefern, natürlich zusammen mit dem vorher entstandenen, gestellten Foto. Wenn du etwas mehr Natürlichkeit provozieren möchtest, dann ist es auch okay, mal reinzurufen, jetzt schaut bitte niemand mehr in die Kamera. Stell dir also vor, du hast eine Gruppe fotografiert, du hast die Fotos im Kasten, alles ist sicher. Und du rufst danach einfach nochmal rein, jetzt bitte niemand mehr in die Kamera schauen, dann wird folgendes passieren. Sie werden sich umschauen, sie werden sich gegenseitig anschauen, sie werden anfangen zu lachen aus Verlegenheit heraus, weil sie damit nicht gerechnet haben, weil irgendjemand innerhalb der Gruppe Quatsch macht oder irgendwas erzählt, was lustig ist. Und das führt zu sehr natürlichen Momenten. Wir haben also das klassische Gruppenfoto, man kann mit dem Finger über das Foto gehen, man sieht die einzelnen Gäste, wie haben sie ausgesehen, was haben sie angehabt, wir haben die Zeitgeschichte festgehalten und wir haben zusätzlich auch noch das Ganze sehr natürlich gemacht. Niemand hat in die Kamera geschaut, es gab Lächeln im Gesicht, es gab schöne Momente, die dabei entstanden sind. Und dann können wir dieses Foto ausliefern, zusätzlich mit denen, die davor entstanden sind und unsere Kunden und Kundinnen haben die Auswahl. Habe ich irgendetwas vergessen? Hast du Gedanken dazu? Hast du Ergänzungen? Ich bin sehr gespannt, es gibt sicher viel mehr, was man tun kann. Schreib es in die Kommentare, ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal.